dann riecht er hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mit fifa ich bin's eurer Nintendo und wir spielen heute die Runde Skywars. Ich bin heute mal alleine und hab ein kleines mini Thema kann man sagen dabei nämlich einfach nur warum kam es in den letzten Wochen keine richtigen Videos ich hatte schon mal ein Video gemacht ohne Gameplay und das ist halt erstens schulisch wir haben beide Zeugnisse nächste Woche bekommen wir die und es war halt jetzt so ein bisschen Schulstress letzten Arbeiten etc. und pp halt ne deswegen war es halt schwer Videos zu machen meiner Meinung nach ich habe es ja eine Zeit hinbekommen mit dem Uploadplan etc. nur es wurde langsam zu viel für mich wenigstens kann ich jetzt also ich mache jetzt wieder ein Video ich weiß jetzt nicht wann das nächste kommen wird da ich einfach keine Ahnung habe ja ich versuche mal einfach die Runde Skywars mit euch ein bisschen zu spielen ein bisschen zu zählen Oh mein Gott, ich will das so haben. Alter, was war das? Nein, kann ich schon brauchen. Hab ich schon. Ach Gott, Alter. Junge. Alter, was war das denn? Ich will nicht hier inbauen. Geh ich mal hier weiter? Ist jemand? Ne, der ist auch weiter. Untertitelung des ZDF Ich glaube nicht mehr. Ich bin hier. Es ist hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wauw. Ich bin hier. runde 2 jetzt immer noch mit dem passaschinen zack, 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 zack. Nein, hab ich nicht. Hab ihn. Alter, Junge. Ich sag, ich sterbe, ne? Was? Alter. Mann. Piep. So, nach dieser tollen, schnellen und erfolgreichen Runde gerade, geht's jetzt weiter. Und jetzt hol ich mal, diesmal was zu reißen. Ich hol mal wieder Schuhe, die ich nicht brauche. So, was ich eigentlich auch nochmal fragen würde, ist, habt ihr mal Bock auf so eine Art Q&A, wo ich mal Fragen, die ihr mir stellen wollt, könnt, beantworte. Piep. Und wenn ihr so eine Art Q&A sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Nicht abstrecken, wir sind hier nur noch in Runde, die ihr vielleicht gemerkt habt. So. Ich bin mal wieder so gut in Skywars. Alter. Hab ich bestimmt von, äh, dem Giflaxo gelernt. Okay. Ach, bestimmt. Das ist 100% er gewesen. Er hat mir das beigebracht, so zu spielen. Ach, Gott. Wie groß ist er denn draus? Ist da die beiden gestorben oder einer? Einer. Oh, Gott. Ich spiele maximal gerade 10 Minuten als Drohaufnahme. Ich habe sofort keine Runde Skyros gespielt und natürlich muss dabei sowas hier rauskommen. Wie ihr Stellen wollt, könnt beantworten. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Minecraft verlernt habe. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht ja z.B. daran. Oh, wer weiß. Ich habe nicht mal Blöcke. Ich habe keine Blöcke. Ich habe keine Blöcke. Ich habe keine Blöcke. Fünf Blöcke zum Bauen. Toll. Das war's. Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. in jahren lasst etwas positives da ich hoffe ich werde es nicht nochmals so hart bis dahin und